Guten Abend und herzlich willkommen im digitalen Körberforum. Als uns das verheißungsvolle Konzept einer Ethik der radikalen Mitte erreichte, haben wir in der Edition Körber gejubelt. Bei der renommiertesten Philosophen aus Deutschland wollten einen wirklich offenen philosophischen Dialog führen. Und zwar zur Frage, wie treffen wir die richtigen Entscheidungen. Das ist sicher keine neue Frage. Wir Menschen stellen sie uns seit jeher und seit jeher blicken wir erwartungsvoll zu den Philosophen. Aber statt einer Antwort erhalten wir viele und damit auch immer neue Fragen. Wir fragten uns, ob das hier gelingen kann. Es ist ihnen gelungen. Markus Gabriel und Gerd Skobel haben aus ihrem Experiment ein Buch gemacht. Und es ist jüngst erschienen unter dem Titel Zwischengut und Böse, Philosophie der radikalen Mitte. Als Lektorin des Buches hüpft mein Philosophenherz immer noch vor Freude. Denn dieses Buch macht wahrlich Lust auf die Philosophie und ermutigt mit der These, dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist, sondern offen und gestaltbar. Dieses Buch lehrt uns die Kunst des Zuhörens, den konstruktiven Streit, das offene Gespräch. Es ist auch kein Buch für den Elfenbeinturm, weil es einen Weg aufzeigt, wie wir mit den Krisen unserer Zeit umgehen können. All das und vieles mehr macht dieses Buch für mich so wertvoll. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, lieber Herr Gabriel, lieber Herr Skobel. Schön, dass Sie da sind. Seien Sie herzlich willkommen. Bevor Sie nun gleich über Ihr Buch selbst sprechen, will ich Sie beide noch kurz vorstellen. Markus Gabriel, meine Damen und Herren, gehört zu den bekanntesten Philosophen der Gegenwart mit Professoren an der Sorbonne, an der New School for Social Research in New York und in Bonn. In Bonn leitet er zugleich das Internationale Zentrum für Philosophie. Er schrieb zahlreiche Bücher, darunter Fiktionen und den Bestseller Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Gerhard Skobel, auch er ist Philosoph und einer der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Er ist Moderator und Redaktionsleiter der Sendung Skobel auf Dreisat. Er hielt den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis. Gerhard Skobel lehrt an der Hochschule Bonn einen Sieg und ist Autor mehrerer Sachbücher, zum Beispiel über die Weisheit, über das, was uns fehlt. Und zuletzt erschien sein Buch Nicht-Denken. Herzlich willkommen heiße ich an dieser Stelle auch die Philosophin und Moderatorin Stefanie Rode. Ich freue mich sehr, liebe Frau Rode, dass Sie heute das Gespräch moderieren. Stefanie Rode hat Politik, Geschichte und Philosophie an den Universitäten in Freiburg und ist Bahan studiert. Seit 2015 moderiert sie unter anderem im Deutschlandfunk, das Philosophie-Magazin Sein und Streit, sowie im WDR 5, das Meinungsmagazin Politikum. Liebe Zuschauerinnen, wenn Sie Fragen haben oder Einwände, mailen Sie uns gern. Die E-Mail-Adresse wird hier unten, wird im Bildschirm immer wieder eingeblendet. Ich wünsche Ihnen jetzt einen anregenden Abend und übergebe jetzt an Stefanie Rode. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ulrike Fritsching. Vielen Dank für diese sehr liebe Einführung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle, die zuschauen und auch an Markus Gabriel und Gerhard Skobel. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie schwer es ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Das haben wir alle gemerkt. Genauer, was es heißt, wie man eigentlich beurteilt, was gut ist, was richtig ist. Und genau darüber diskutieren Sie beide ja in Ihrem Buch Zwischen gut und böse Philosophie der radikalen Mitte. Und Sie fragen in dem Buch, wie wir gute Entscheidungen treffen können mit begrenzten Wissen in einer zunehmend komplexen Welt, in der es so viel zu wissen gibt, was wir aber nicht wissen in dem Moment. Und wie man genau das macht inmitten von Gut und Böse an einem Ort oder einer Vorstellung, die Sie die radikale Mitte nennen. Das klingt jetzt erst mal überraschend, vielleicht auch, wenn man es zum ersten Mal hört, ein bisschen abstrakt. Wir wollen das jetzt aber ganz konkret machen und quasi mitten reinspringen in diesen Raum zwischen Gut und Böse und fragen, wie kann man denn auch in Krisen besser Entscheidungen treffen? Und warum braucht man diese Idee der radikalen Mitte gerade jetzt mehr denn je? Lassen wir uns einsteigen, würde ich sagen, mit einem Tänzchen. Und zwar mit einem Tango. Sie schreiben in dem Buch, it needs two to tango. Also man braucht zwei für den Tango. Und wenn man so will, ist das ja eine alte philosophische Weisheit. Also Sokrates beispielsweise. Aber ich denke da auch an die Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor Adorno, die Gespräche miteinander eben geführt und aufgezeichnet haben. Herr Skobel, wenn wir mal mit Ihnen anfangen. Warum haben Sie gesagt, ich habe Lust, mit Markus Gabriel philosophisch Tango zu tanzen? Na, wir haben schon länger einen Gesprächszusammenhang. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und wir haben festgestellt, dass wir in einigen Punkten sehr ähnliche Interessen haben. Manchmal ein bisschen auseinander liegen, manchmal aber auch sehr, sehr dicht beieinander. Und uns hat, also vielleicht wenn man es mit Jazz vergleicht und nicht mit Tango, weil Tango ja mehr mit Tanzen zu tun hat, von der Musik her erst mal, hat uns Jazz, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, nämlich zu improvisieren. Also das ist so ein bisschen wie modale Musik bei Miles Davis. Man hat so ein paar Grundtonarten. Also man weiß die drei Kapitel, das war so das, was wir hatten in dem Buch. Und der Rest war pure Improvisation. Und dass daraus ein Tango geworden ist, das ist besonders schön und hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Herr Gabriel, was war Ihr Gefühl? War das eher Jazz und komplette Improvisation oder ist da auch ein bisschen was von einem Tango und von sozusagen einer Form da, die man vorher gelernt hat, in der man sich dann adäquat bewegen kann? Also wir haben ja bewusst vermieden, während wir die Gespräche miteinander geführt haben, einer Form zu folgen, außer derjenigen, dass wir uns eben im Gespräch befinden. Das heißt, wir haben uns getroffen in einem Bibliotheksraum und einfach stundenlang gesprochen, ganz offen. Das Gespräch hatte natürlich eine gewisse grundlegende Struktur. Mal habe ich geglaubt, zu wissen, was sie ist und mal gärt. Das heißt, wir haben uns eben geführt, wechselseitig. Wir wussten in etwa, was mögliche Reizpunkte und Dissensquellen zwischen uns sind, aber auch, wo wir uns wahrscheinlich einig sind. Und so bewegt man sich eben zwischen gegenseitigen Erwartungen davon, was in diesem Fall einfach auch der andere vielleicht glaubt, durch ein Gespräch. Aber das Gespräch wurde wirklich als offenes, philosophisches Gespräch im Wesentlichen so geführt, wie es gedruckt ist, dann nur noch mit verschiedenen natürlich Runden des Lektorats. Aber das, was wir zum Protokoll gegeben haben, hat im Wesentlichen so stattgefunden. Das heißt aber, es geht hier nicht um so eine Art Endlos-Podcast, also wo Sie sich getroffen haben und dann sozusagen so lange gesprochen haben, bis es nichts mehr zu reden gab. Es gab schon eine Form, eine Struktur, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen wir aufhören. Ja, die Form besteht darin, dass wir gemerkt haben, bei verschiedenen Pausen, was die eigentliche Pointe war. Also wir haben versucht, durchzudringen zu einem Gedanken. Das war ja auch die philosophische Arbeit. Ein Podcast ist eben eine Unterhaltung. Und im Podcast muss man nicht arbeiten am Begriff, wie man so sagt. Das heißt, man muss ja nicht versuchen, ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel Klarheit bezüglich eines Problems. Und die drei Kapitel und die einzelnen Elemente, die Sie gliedern, sind jeweils tatsächlich auch philosophische Überlegungen, die eine Person auch hätte anstellen können, die aber zwei zusammen angestellt haben, sodass die Bewegung dadurch echt ist. Also wenn man Schach gegen sich selbst spielt, ist das auch Schach. Aber interessanter ist eine Partie, bei der zwei mitgewirkt haben. Und das ist dann tatsächlich Tango. Und in der Tat, wir haben uns fünfmal getroffen. Und wie das Gespräch abgelaufen ist, war wirklich vollständig die Dynamik des Gesprächs. Und das war auch das Experiment bei der ganzen Sache, ehrlich gesagt, weil wir uns vorher auch nicht sicher waren, wie das, wo wir da, wo wir da rauskommen. Ich finde, das liest sich auch ganz anders als andere Bücher, als jetzt Fließtexte, als Abhandlungen, weil man merkt, dass sie häufig auch kreisen. Also und dann immer wieder zündet einer von ihnen ein Feuerwerk und man ist plötzlich in einer Debatte. Sie greifen das dann auf, kreisen sozusagen weiter um bestimmte Fragen, speisen neue Dinge ein. Also tatsächlich ist man sehr bei ihnen, bei ihrem Denken in diesem Buch, also in der Entwicklung des Gedanken. Man merkt, dass sich da was wirklich bewegt. Das sind nicht einfach Schlussfolgerungen, zu denen sie gekommen sind, die sie nacheinander aufführen, sondern da entsteht tatsächlich was. Das, finde ich, merkt man, wenn man durch dieses Buch sich auch sozusagen denkt. Ich habe mich gefragt, inwiefern ist die Mündlichkeit und auch die Dialektik des Erwiderns gewinnbringender, als wenn sie jetzt einzeln sich hinsetzen und einen Fließtext schreiben. Vielleicht auch ein Fließtext, der ja dann im Zweifel konzentrierter ist. Ja, wir fangen ja an, wenn ich darf, mit einem Motto, dass wir uns dann nicht zugemailt haben. Also nicht sozusagen der bibliografische Apparat, den es ja auch gibt, der ist dann entstanden, nochmal in einer dritten Form, wenn man es will, der Kommunikation. Und das Motto stammt von dem bemerkenswerten, gegenwärtigen nigerianischen Philosophen Bayo Akumolaffe. Und es lautet, thoughts don't come from within, neither do they come from without, they emerge between. Und das heißt... Das müssen Sie vielleicht kurz übersetzen dann auch. Ach so, natürlich. Also Gedanken kommen nicht von außen. Sie kommen aber auch nicht von innen. Gedanken tauchen dazwischen auf. Und das Auftauchen der Gedanken dazwischen, zwischen uns, ergibt sich eben dadurch, dass Gerd gerade, und es geht ja um Ethik, also bezüglich der Fragen, was wir tun sollen, wie wir das herausfinden, was wir tun sollen, leicht anders denkt als ich. Und wir glauben wahrscheinlich zu wissen, wenn Sie uns unabhängig voneinander fragten, was ist der Unterschied, dann könnten wir über den anderen eine Geschichte erzählen, warum der andere vielleicht anders denkt und worin das besteht. Und wahrscheinlich wäre diese Geschichte, die Sie von jedem von uns hören, nochmal anders als die, die wir glauben, dass der andere sie im Kopf hat. Und diese wirklich echte Multiperspektivität, nicht die Vorstellung, die anderen sehen an, dass wir mögen alle die Perspektiven der anderen, sondern das ist eine echte Multiperspektivität, die wir zu Blatt bringen wollten. Und das ist anders in einem Fließtext. In einem Fließtext versuche ich meine Position in der Philosophie möglichst kohärent und konsistent, auch gegen, wie man so sagt, Angriffe, Einwände usw. zu verteidigen. Das ist ja eine völlig andere Haltung, als wenn ich davon ausgehe, dass Gerd gewisse Dinge ein bisschen anders sieht und erproben möchte, was passiert, wenn ich sozusagen freundlichen Druck ausübe. Und das ist im Fließtext anders. Herr Skobel, konnten Sie umgehen mit diesem freundlichen Druck? Absolut, weil das, was wir gemacht haben, das ist uns aber erst so allmählich klar geworden und so richtig erst hinterher ist, dass wir das, wovon wir reden, also diesen Prozess des Freiräumens im Dialog, also sozusagen mittendrin anzufangen und uns zunächst mal nicht von den Polaritäten gefangen nehmen zu lassen, in Klammern, so wie im amerikanischen Wahlkampf, Klammer zu, wo man wirklich nur diese beiden Pole der Demokraten und der Republikaner hatte, ja jetzt ganz paradigmatisch, dass wir auf einer Meta-Ebene genau das gemacht haben in unserem Gespräch, wovon wir im Gespräch die ganze Zeit reden. Wir haben unsere Methode selber auf uns und unser Gespräch und unser Thema angewandt und ich finde das interessant, also hoffen wir jedenfalls, dass das Schöne für die Leserinnen und den Leser könnte sein, zu sehen, wie man mit dieser Methode arbeiten kann und wie weit man mit dieser Methode kommen kann. Und das ist ja eigentlich eine Methode, die wir auch empfehlen, um andere Probleme nicht zuletzt auch in der Politik zu lösen. Das sieht man tatsächlich, also das Zusammenspiel von Form und Inhalt, also dass das sehr stimmig ist, wie Sie das aufgezogen haben. Lassen wir uns vielleicht mal ein bisschen in den Inhalt einsteigen. Das ist ein sehr, sehr facettenreiches Gespräch und wenn man sich durch das Inhaltsverzeichnis so ein bisschen durcharbeitet, dann merkt man, dass da sehr unterschiedliche Begriffe auftauchen, also so klassische Begriffe wie Anfang, aber es gibt auch ein Kapitel Kapuzineräffchen, dann Differenz ohne Norm. Also es geht so ein bisschen wild, teilweise durcheinander auch, erschließt sich aber dann, wenn man es liest, in dem Verlauf des Gesprächs. Sie skizzieren, das ist Ihr Ansinnen, eine neue Ethik und ich würde da gerne jetzt, damit wir nicht komplett das Buch besprechen, drei vielleicht zentrale Denkschritte mal rausgreifen wollen, die wir ein bisschen plastischer zusammen machen. Das ist zum einen die Idee des Unterscheidens, dann als zweites das, was Sie sich unter Ethik vorstellen, da haben Sie eine bestimmte Methode, über die wir sprechen können und als drittes dann, was eigentlich die Mitte ist, sein sollte und kann. Wenn wir anfangen bei diesem Unterscheiden, ist das, jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, ist das immer der Anfang von jedem Gespräch, dass man etwas unterscheidet? Also allein schon, weil man in der Wahrnehmung, also wahrnehmen heißt ja auch letztlich schon immer unterscheiden. Vor einem Hintergrund von schwarz kann ich weiß sehen, ohne das kann ich überhaupt nichts sagen über die Umwelt. Ist also anfangen, unterscheiden in der Philosophie, im Denken? Also Unterscheidung heißt Krinen. Also das ist ja der griechische Begriff dafür und häufig fängt ja in der Philosophie das Philosophieren mit der Krise an. Die Krise ist sozusagen der Drehmoment, der einen in weitere Unterscheidungen und schärfere Unterscheidungen treibt. Und also ich glaube jedenfalls, dass wir denken, also das, was wir denken, nennen im engeren Sinn zumindest, nicht jetzt im umgangssprachlichen, aber im engeren philosophischen Sinn, also Denken in dem Fall als begriffliche Verarbeitung, dass wir das in der Tat nur können durch Unterscheidungen. Also ich muss das eine unterscheiden von einem anderen, um überhaupt über das eine reden zu können. Das eine ist immer nur vor dem Kontext des anderen. Und mit dieser Unterscheidung, also Niklas Luhmann, der Systemtheoretiker, würde sagen, diese Grundunterscheidung zwischen System und Umwelt, mit dieser Unterscheidung gehe ich sozusagen in jedes Gespräch schon rein. Ich kann dann feststellen, dass meine Unterscheidungen nicht stimmen. Ich kann auch feststellen, zum Beispiel, dass es nicht eine duale Polarität gibt, sondern eine polyvalente Pluralität, also mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten oder Polaritäten. Aber das ergibt sich erst dann, wenn ich sozusagen diesem Tango der Unterscheidungen folge. Herr Gabriel? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch in dem ganzen Buch, dass wir nicht in Anfängen denken sollten. Es gibt keinen absoluten Anfang. Wir neigen dazu, Anfänge anzunehmen, den Urknall, den Anfang unseres eigenen Lebens, den Anfang der Bundesrepublik, den Anfang der Pandemie oder irgendwas. Also Dinge, die uns bewegen, sind für uns strukturiert als Anfänge, manchmal als absolute Anfänge, Brüche und so weiter. Und in der Wirklichkeit gibt es diese Anfänge nicht. Es wird nicht angefangen, sondern man ist immer schon mittendrin. Und diese Idee, dass man eigentlich gar nicht anfangen kann, die besteht darin zu sagen, dass wir auch, wenn wir einen Unterschied ziehen oder scheinbar den ersten, schon auf Unterschiede gestoßen sind. Ja, also der Versuch überhaupt, zum allerersten Mal irgendetwas von irgendetwas zu unterscheiden, unterscheidet sich ja von sich her schon von jedem weiteren Versuch. Das heißt, selbst der erste Versuch wäre im Unterschied zu weiteren Versuchen schon der erste. Das heißt, nicht die Zukunft, die auf eine Unterscheidung folgt, bestimmt schon, was die Unterscheidung ist in ihrem Wesen. Anders gesagt, Unterscheidungen folgen nicht der Ordnung der Zeit, wie wir sie uns vorstellen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen in unserem Leben. Ich mache das jetzt durchaus mal sehr konkret, was wir gerade ausgeführt haben. Wir unterscheiden uns für irgendetwas. Und sei es im Alltag, gehen wir heute Eis essen. Gehen wir in die Innengastronomie jetzt, wo sie geöffnet ist, schon ein bisschen ethisch geladener. Ja, aber wir machen irgend so etwas. Und wenn man das morgens sich überlegt, dass man nachmittags ein Eis essen geht, dann bestimmt die Zukunft, von der man glaubt, sie wird so und so sein mit dem Eis. Alles, was bis dahin geschieht. Nicht die Terminabfolge, das Tempo, was man macht, wie viel man vorisst oder trinkt. Das heißt, unser Leben ist von einer Zukunft gesteuert, die dadurch zustande kommt, dass wir jetzt einen Unterschied machen. Aber dieser Unterschied, der kommt uns sozusagen aus der Zukunft entgegen. Und dieser Kreislauf, den wir aus dem Leben des Alltäglichen Handelns kennen, was uns jeden Tag beschäftigt. Wie kommen wir ans Ende des Tages? Daran sieht man, dass es keinen Anfang gibt. Der Tag beginnt auch nicht. Man denkt immer, der Tag fängt an. Das fand ich interessant, als ich das nämlich gelesen habe, diese Debatte zwischen Ihnen, musste ich an Hannah Arendt denken, die ja sich ganz anders positioniert und sagt, alles ist eigentlich immer wieder Anfang. Also sozusagen das ganze Denken und Leben ist ständig ein neuer Anfang. Sie hat sich damit ja so ein bisschen abgegrenzt von Martin Heidegger, der sehr stark vom Tod aus gedacht hat. Und sie hat gesagt, nein, es ist immer dieser Beginn und dieses Anfang. Da sagen Sie jetzt aber dezidiert, nein, so sehen wir das nicht, sondern wir sehen schon immer diese Verbindung der Zukunft mit der Gegenwart, quasi mit der Vergangenheit. Naja, Hannah Arendt meint ja was anderes, glaube ich. Und da hat sie ja, da hat sie ja durchaus recht. Also es ist kein Widerspruch zwischen uns. Also wenn ich jetzt nochmal, was Markus eben gesagt hat, nochmal etwas einfacher formuliere, würde ich sagen, in dem Moment, in dem wir überhaupt Sprache benutzen, machen wir ja schon von Unterscheidungen Gebrauch. Also das ist sozusagen ganz platt. Da kommen wir sowieso nicht dahinter. Und dann, wenn wir anfangen, was auch immer zu machen, Eis essen zu gehen, nachdenken, irgendwas anderes, sind wir immer schon mittendrin. Es hat immer schon angefangen. Aber dann, und darauf bezieht sich Hannah Arendt, die ja da auf Augustinus sich bezieht, dann setzen wir selber einen Anfang. Also ich kann jetzt zum Beispiel entscheiden, ich würde jetzt ausmachen. Oder ich mache jetzt, keine Ahnung, eine andere Beleuchtung an. Und damit setze ich ja ein, mache ich, kreiere ich einen Unterschied, der wiederum Folgen hat. Und vielleicht noch zu dem, was Markus gesagt hat, das ist ja interessant, dass das in der Soziologie inzwischen ein Riesenthema ist. Ich habe gerade jetzt einen Artikel gelesen über Future as Social Fact. Das ist das, was Jens Beckert in Köln vom Max-Planck-Institut für Sozialgesellschaftsforschung imaginierte Zukunft nennt. Und das Verrückte ist, dass wir ja immer glauben, das Geld steuert die Wirtschaft. In Wahrheit sind es diese imaginierten Zukunfts, und das kann man empirisch belegen, dass das so ist, die ganz entscheidend unsere Wirtschaft, unsere Geldströme und auch unsere Existenz, worauf Markus ja abgehoben hat, tatsächlich beeinflussen. Also platt gesagt, jetzt im Wahlkampfmodus, ist natürlich von den großen Narrativen die Rede. Das ist im Grunde genommen nichts anderes, nur dass die Narrative oft den Fehler begehen, uns zu sagen, dass irgendetwas jetzt angefangen hat. Also im Grunde genommen ist das eine Form von Religion. Am Anfang war das Wort. Und dieses Wort spricht der große Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende. Und genau da, glaube ich, liegt ein Fehler drin. Wenn wir über, oder wollten Sie noch? Gerne. Ja, ich würde sagen, man könnte eine Pointe, die Hannah Arendt vielleicht mit dem Anfangsdenken und der Natalität und so weiter gegen Heidegger setzt, den könnte man etwas anders machen. Ein Vorwurf an Heidegger auf der politischen Ebene, der von Hannah Arendt kommt, ist zu glauben, dass es so eine Art verwurzelte Kontinuität gibt. Und wenn es aber keine Anfänge gibt, dann gibt es die gerade nicht. Es gibt keinen Sinn, in dem Sie Bayerinnen sein können und damit anknüpfen an etwas sehr Bayovarisches, was es auch schon vor Ihnen gab. Das ist aber genau, was Heidegger natürlich sagen möchte, dass der Sinn, in dem es keine Anfänge gibt, Zukunft und so weiter, etwas sehr stark damit zu tun hat, dass man in Kontinuitäten steht. Und deswegen habe ich ja auch von Brüchen gesprochen. Das heißt, dass es keinen Anfang gibt, heißt, dass es immer wieder Brüche gibt. Es gibt immer wieder, nennen wir das Anläufe, die so aussehen wie absolute Anfänge. Und zu glauben, es wären aber absolute Anfänge, ist die Illusion. Unser Leben, da es mittendrin geschieht, ist nicht irgendwie Teil einer großen Linie, sondern diese Linie ist auf eine vielfältige Weise in sich brüchig. Und damit hat man alle Ressourcen, die man gegen Heidegger braucht, nämlich das Aufbrechen des süddeutschen Konservativismus. Wenn wir das jetzt noch mal einfangen. Wir haben gesprochen über das Unterscheiden, über das Anfangen. Und natürlich, das haben Sie eben erwähnt, geht es dann um Entscheidungen. Also diese Punkte, an denen man eben etwas entscheidet und sich fragt, was ist die richtige Entscheidung. Wenn wir das jetzt noch mal wirklich konkret machen, auf das, was wir alle erlebt haben, auch in diesem letzten Jahr, da vertreten Sie die These, dass eine der Lehren aus dieser Corona-Pandemie ist, dass das Verfahren des Diskurses, also die Vorstellung, es setzen sich alle an einen Tisch, man tauscht dann die Argumente aus und dann kann man sozusagen auf einer höheren Ebene entscheiden, was jetzt das richtige oder das bessere Argument ist. Sie sagen, wir haben in dieser Corona-Krise gesehen, dass das eigentlich so nicht funktioniert und Entscheidungen eigentlich anders getroffen werden sollten. Wie kommen Sie darauf? Das überrascht ja jetzt vermutlich erst mal viele, die zuschauen. Also ich denke mal, jemand, der sich mit, also der einen kritischen Begriff von Rationalität entwickelt hat, den überrascht das eigentlich nicht. Weil das Problem, wenn man eine Reihe von Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen und Bereichen am Tisch hat und die sollen was entscheiden, das kennt jeder aus dem Berufsleben oder jede, führt ja zu einem Widerstreit und zu einem Durcheinander der Stimmen, das ja zunächst mal nicht geordnet ist. Also es wäre Zufall, wenn sich diese Ordnung von alleine selbst organisiert. Solche Prozesse gibt es natürlich, aber das ist zumindest in der Politik in der Regel nicht der Fall. Sodass die Frage im Raum steht, ja gut, wenn jetzt also Fachmann A die Kompetenz hat, Fachmännin oder Fachfrau B eine andere Kompetenz und ich muss aber jetzt entscheiden, wie mache ich das denn jetzt? Wie wäge ich denn die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Argumente gegeneinander ab? Und da stellen wir fest, also mit den Mitteln sozusagen mathematischer Logik oder mathematischer Verfahren, also regelbasiert, können wir das gar nicht entscheiden. Also wir können, wir brauchen zwar auf dem Weg unseren Verstand, ja, wir müssen natürlich auch, wenn wir argumentieren, logisch argumentieren, auch das ist richtig, aber das alleine hilft uns noch lange nicht, irgendeine Entscheidung zu treffen. Ich mache das auch gerne mal eben anhand dessen, dass wir die Expertenrunde nennen, als Fehlschluss, das ist ein neuer Fehlschluss, den wir alle seit einem Jahr erleben, ja, also eine Vorstellung, die immer noch sehr weit verbreitet ist, die aber nicht beschreibt, was seit einem Jahr geschieht, und das ist kein Vorwurf, wie wir gleich sehen werden, sieht so aus ungefähr, nicht? Da ist ein medizinisches Problem und dieses medizinische Problem ist dann Infrastrukturen gebunden, ja, erst die Erfindung von Impfstoffen, dann ihre Verbreitung, die Kliniken, die Beatmungsgeräte, die intensivmedizinischen Plätze, die Pflegekräfte etc., also Ressourcen. Und jetzt, und dann eine gewisse Gefährlichkeit des Virus, die man feststellt, durch virologische und epidemiologische Expertise. Und jetzt könnte man sich das so vorstellen, die Politik muss die Ressourcen zur Verfügung stellen, sagen, wie lange der Lockdown dauert etc., was genau geschlossen, das geht durch politische Anordnung, das können die Virologinnen nicht selber machen, weil wir in der Demokratie sind, es außerdem Institutionen gibt und die nicht das Kanzleramt stellen und so weiter, also glaubt man, dann müssen halt die Politiker nachfragen und sagen, was soll man machen, dann sind die Kinder so und so infektiös, dann macht man sechs Wochen die Schule zu oder acht oder wären es halt 14. Das ist so eine Vorstellung, die man haben könnte und die sieht dann so aus, die Politik folgt der Wissenschaft. Aber das Problem ist, dann kommen zu Recht die nächste Wissenschaft und sagt, was ist mit der Kinderpsychiatrie, mit den Obdachlosen, mit der Wirtschaft, was geschieht da? Was macht die Grenzschließung zum Beispiel auch mit uns? Das sind ja auch Schäden, auch teils Gesundheitsschäden, nicht die verschobenen Operationen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, stopp, 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 da sind noch mehr Tatsachen und es wird immer irgendwer sagen, die Bundesjustizministerin, sagt der Gesundheitsminister, wir müssen jetzt wirklich mal einen Lockdown machen. sagen, wir haben doch jetzt wieder sowas in diesen Tagen, stellen Sie sich schon mal auf Wechselunterricht ein. Dann kommt zu Recht, würde ich sagen, aber ich bewerte jetzt nicht, dann kommt von der künftigen vielleicht Opposition, aber jedenfalls aus der SPD. Nein, jetzt machen wir wirklich mal Präsenzunterricht. Und jetzt können Sie so viele Virologen fragen, wie Sie wollen. Sie können die Frage, ob wir wirklich jetzt mal das mit dem Präsenzunterricht durchziehen, wenn die Impfquote hoch genug ist, können Sie durch kein Expertenteam der Welt beantworten. Jetzt wird man denken, ja gut, dann beantworten es halt die Politiker. Ja, aber wie machen die das? Die werden das beantworten, indem Sie sagen, die Experten haben uns gesagt. Die fragen dann die Leopoldina. Ist wieder genau passiert. Ja, und das funktioniert aber nicht, weil wir wissen ja, dass die das nicht beantworten können. Das heißt, die Politik fragt die Wissenschaft, die ihnen die Frage nicht beantwortet und sagt, es muss die Politik entscheiden, die dann wieder die Wissenschaft fragt. Diesen Fehlschluss nennen wir zu Beginn des Buches die Expertenrunde. Und daran, wie ich das gerade geschildert habe, sehen Sie, dass das kein rationales Entscheidungsmodell ist. Das sieht aber heute aus wie sozusagen der Höhepunkt der Rationalität. Aber was wir sagen wollen, ist, das geschieht auch gar nicht. Also sozusagen keine Sorge, wir sind gar nicht in der Expertenrunde. Das sieht nur so aus. Das ist ein ideologisches Rauschen einer im Grunde genommen einer Gemeinschaft, die Menschen in Deutschland, die im Wesentlichen keine Ahnung haben, was sie gerade tun. Hartes Urteil. Der Soziologe Alexander Bogner, der beschreibt das so und vielleicht ist das, tatsächlich auch vereinbar mit dem, was Sie gesagt haben oder überschneidet sich ganz stark. Also, dass dieser Streit um das bessere Wissen, um die bessere Expertise eigentlich inzwischen in der Demokratie den Streit über Werte überlagert hat. Also, wir fragen gar nicht, wie wollen wir leben oder wie soll zum Beispiel eine Politik in der Corona-Pandemie aussehen, sondern letztlich ist die Frage dann immer, wer weiß eigentlich was besser? Also, was wissen wir, was wissen wir nicht darüber? Und damit, sagt er, geht das Politische in der Demokratie verloren. Und das ist eigentlich eine sehr gefährliche Tendenz, weil wir glauben, wir sind sozusagen in einem Diskurs, in dem wir die richtige Antwort finden, aber de facto sprechen wir sozusagen auf der falschen Ebene über das Falsche. Würden Sie da beide zustimmen? Ja. Ich glaube, das ist im Wesentlichen. Das ist das? Nee, Markus, nicht, oder? Im Wesentlichen ist es das. Ach so, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde dem zustimmen, dass es ein Problem wäre. Ich glaube aber nicht, dass es stimmt. Also, ich glaube, das sieht so aus. Ich glaube, dass wir überhaupt gar nicht in Wirklichkeit in dem Modus sind, dass die politische Ressourcenverteilung, und um die geht es ja nicht, was öffne ich, was schließe ich, welche Masken werden wie angeschafft, das sind ja alles Ressourcenfragen. Ja, und ich glaube, dass diese Ressourcenfragen komplett nach Werturteilen gefällt werden und dass die Wissenschaft vorgeschoben wird, um Werturteile zu rechtfertigen. Und das ist ein Fehlschluss. Also, ich würde sagen, es sieht so aus, als ob, wie Bogner das nennt, die Wissenschaft, die Politik epistemisiert wäre. Ich glaube, es ist umgekehrt. Die Wissenschaft ist politisiert. Und das halte ich für schlimmer. Das halte ich für einen groben Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Ich glaube, da kann man zwei Sachen zu sagen. Das Erste ist, schon durch die Debatte um den Klimawandel und insbesondere um Trump in den USA hat sich die Wissenschaft massiv politisiert. Das sieht man in den Fachzeitschriften. Also, führende Fachzeitschriften wie Nature oder Science zum Beispiel haben Politik der Wissenschaft nie zum Thema gemacht. Das war, ist aber in den letzten drei, vier Jahren in fast jedem Heft in irgendeinem der Artikel Thema. Stichwort, Stichwort Policing. Also, das war sozusagen eine Vorbereitung. Und das, was Markus sagt, ist natürlich völlig richtig. Also, die Beschreibung scheint zu stimmen, aber dahinter steht ja was, was falsch ist, nämlich die Idee, man könne sozusagen Wertediskurs und einen ethischen Diskurs überführen in einen reinen Diskurs über Daten und Informationen. Weil das geschieht ja, wenn ich, wenn ich die Entscheidung sozusagen von wissenschaftlicher Kompetenz und damit letztlich von der Analyse von Daten abhängig mache. Und das in der Tat ist ein massiver Fehlschluss. Das wird uns vorgegaukelt, als das beste Verfahren, moralische Urteile zu finden. Lass es doch die Naturwissenschaften machen, weil die wissen doch wenigstens Bescheid. Ihr Philosophen labert ja nur rum. Aber dahinter steckt eben ein völlig falsches Verständnis von dem, erstens, was Ethik ist, zweitens, wie Wissenschaft funktioniert und drittens dann auch noch, was Politik eigentlich zu tun hat. Und da ist ja die Frage, was ist Ethik? Also, wenn wir jetzt mal die Philosophen fragen und sie bitten, nicht nur rumzulabern, dann muss man ja schon sagen, viele Menschen erleben das so, wir leben in einer Welt, in der es wahnsinnig viele Grautöne gibt, in der dieses absolut Böse, das absolut Gute eigentlich nicht mehr so erfahrbar scheint. Also jede gute Tat, wenn man sie tatsächlich mal global anschaut, kann auch negative Auswirkungen haben. Also hat sozusagen das Böse auch immer schon in sich drin. ist es nicht ein bisschen kühn von Ihnen dann anzukommen und zu sagen, lassen Sie uns über das Gute und das Böse sprechen und tatsächlich versuchen, das Gute auch zu bestimmen? Wir glauben nicht. Ich glaube auch, dass Ihre Analyse nicht ganz richtig ist, weil das, was Sie ansprechen, also diese sogenannte Doppelwirkung, ist ja also, das heißt, eine Tat kann eine unbeabsichtigte Nebenwirkung haben, wie jedes Medikament zum Beispiel, das ja eigentlich heilen soll, aber dann irgendeinen blöden Nebeneffekt hat. Ich kriege was weiß ich, Durchfall, was auch immer. Das hat ja per se zunächst mal nicht mit Ethik zu tun, sondern es hat mit der Komplexität der Wirklichkeit zu tun. Also das ist zunächst mal nicht notwendigerweise nur ein ethisches Problem. Das Zweite, wo ich Ihnen ein bisschen widersprechen würde, mag sein, dass wenn ich hier in meinem friedlichen Dorf bin, ich weitgehend nicht das radikal Böse, also die Judenvernichtung hier vor Ort mit Kriege, aber es finden ja, es finden ja Taten statt, von denen wir sagen würden, die sind absolut böse. Es finden Ereignisse, es finden, es findet weiter ein Krieg in Syrien statt. Ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass die Taliban schon mehr als 50 Prozent der Gebiete, aus denen die Amerikaner sich jetzt zurückgezogen haben, wieder erobert haben. Da kann man sich ausmalen, was das für Frauen, was das für ehemals, sagen wir mal, progressivere Antitaliban-Kräfte in Afghanistan bedeutet. Also da ist das radikal Böse, wobei ich nicht sage, jeder Taliban ist böse, aber das Böse im Sinne einer Vernichtung der anderen, weil sie anders denken, das ist im Gang. Und also wenn wir sagen, wir kriegen das ja nicht so richtig mit, okay, wir leben in einigermaßen gemäßigten Zonen. Aber ich meine, man muss im Grunde genommen nur mal wirklich die Augen aufmachen und einmal durch, einmal U-Bahn fahren in Berlin oder in Frankfurt oder sonst wo. Und dann kriegt man, glaube ich, sehr schnell ein Gespür dafür, dass sehr vieles nicht in Ordnung ist. Ich meinte das nur, um das kurz zu ergänzen, mit der Frage der Ethik tatsächlich in der Frage des Rahmens. Also, dass im Kleinen ich eine gute Tat vollbringen kann und das Gefühl haben kann, das ist gut. Aber wenn man das sozusagen, je größer man den Rahmen setzt, desto schwieriger wird es, eigentlich das Gute herzuleiten. So war eigentlich meine Idee. Und wenn man auf dem globalen Rahmen das ethisch beurteilen soll, dann ist es quasi unmöglich, das so genau zu sagen. Im kleinen Rahmen ginge das möglicherweise. Also das kann Markus jetzt gleich besser erklären noch und schärfer wahrscheinlich, als ich das machen würde. Aber ja, es ist ein schweres Geschäft, aber auch im globalen Rahmen kann ich klar sagen, welche Handlungsweisen gut und welche nicht gut sind. Und ein wichtiger Punkt, ich glaube das auch, wir tun das nur nicht. Also der Umstand, dass wir uns das gar nicht zutrauen, also dass der Diskurs, natürlich führen den manche Philosophinnen und Philosophen und manche andere auch, Aktivistinnen und Aktivisten, aber wir trauen uns nicht genug zu, das zu tun. Und das ist ein Vorwurf an uns. Und das Böse ist wohlgemerkt eben auch nicht immer nur woanders. Ja, wir haben Frontex, wir haben Moria, wir haben eine inakzeptable Migrationspolitik, wir haben die Grenze geschlossen in der Corona-Pandemie, das hat massive Auswirkungen. Wir haben Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr zuhauf erlebt. Kindern das Schulrecht zu entziehen, aus welchem Grund auch immer, auch wenn es ein sehr guter Grund ist, ist, wenn Sie das isoliert betrachten, eine schockierende Menschenrechtsverletzung. Und das haben wir geduldet und dulden das weiterhin und das Entsetzen darüber ist sehr gering. Oder dass man nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen darf, nicht, dass ich so gerne dort immer hinfahre, ja, aber das muss man sich mal klar machen. Das heißt, das ist ein geringes Übel, aber das ist nicht zu unterschätzen. Ja, also eine Grenzpolitik innerhalb der Bundesrepublik ist schon grenzwertig. Und die, nicht, was ich damit sagen möchte, ist, das globale Böse, ist erstens nicht immer nur an anderen Orten, sondern auch bei uns. Und das ist entscheidend, dass wir das mit beobachten. Und wir haben uns aus Bequemlichkeit in der Moderne eingerichtet, in dem Gedanken, dass wir das outsourcen können, jede von uns. Ja, also außer so ungefähr weniger Plastiktüten verwenden und ein bisschen weniger Auto fahren. Wir wollen ja zum Klima nichts beitragen. Also außer in so kleinen alltäglichen Handlungen, in denen wir bekunden, dass wir ja auch das Gute wollen und das Böse vermeiden, in dem wir empathischer sind mit Andersdenkenden und so weiter. Das sind sicher richtige Vollzüge. Aber insgesamt ist es so, dass die Ethik, ja, also als diejenige Disziplin, die erforscht und auf den Tisch legt, was die Tatsachen sind, ja, verliebe, man kann sich darin täuschen, auch in den moralischen Tatsachen, diese relevante Disziplin, dadurch, dass sie nicht an der gesamtgesellschaftlichen Stelle sitzt, wo sie hingehört, sieht so aus, als könne man das ja gar nicht machen. Das kann man aber schon. Das ist so nicht, wenn Sie, was weiß ich, Jens Spahn fragen, wird er vielleicht auch sagen, Quantenfeldtheorie kann man nicht machen. Da werde ich sagen, Sie nicht, Herr Spahn, aber es gibt Leute, die das können. Und so ist das eben auch mit der Ethik. In der Philosophie gibt es ja allerdings eine sehr starke Debatte darüber. Es ist sehr umstritten, zu sagen, dass es moralische Tatsachen gibt, also so wie es auch andere Tatsachen gibt, weil das Argument eben lautet, moralische Aussagen, also jetzt zu sagen, Kinder zu töten beispielsweise ist böse, das sind Aussagen, die von Menschen konstituiert sind. Die können gar nicht entstehen, unabhängig von den Wünschen der Menschen, die quasi sich äußern darüber. Also es gibt nichts außerhalb, auf das man sich beziehen kann. Da würden Sie sagen, da können Sie gar nicht mitgehen. Ja, das halte ich für völlig absurd. Ja, genau. Also man müsste sehen im Einzelnen nicht, also ich bin zu schnell, Frau Rode. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so unfreundlich sein, denn je nachdem, den Gedanken, je nachdem, den Sie jetzt präsentiert haben, ja nicht als Ihren, sondern als einen, der da ist. Ja, den müssten wir genau filetieren, um zu sehen, ja, was an ihm war und was an ihm falsch ist. Einiges daran ist wahr, anderes falsch, dass man keine Kinder töten soll und auch nicht Kinder übrigens anderer, nicht menschlicher Spezies. Ich würde sagen, man soll keine Kinder töten, auch keine Löwenkinder. Ja, aber wie dem auch sei, dass man keine Kinder töten soll, glaube ich, natürlich ist nur sinnvoll, wenn es Kinder gibt. Insofern brauchen wir natürlich Menschen und anderes Leben, damit der Satz sich auf etwas bezieht. Ich würde aber sagen, dass selbst wenn alle der Meinung wären, man sollte Kinder töten, würden sich eben alle täuschen. Und das heißt, dass es eine moralische Tatsache gibt. Wir können das nicht durch eine Meinungsänderung ändern. Ja, die Judenvernichtung wäre auch dann nicht richtig gewesen, wenn alle sie richtig gefunden hätten, einschließlich der Opfer. Ja, selbst dann oder der Entzug des Frauenwahlrechts wäre auch dann nicht richtig, wenn die Frauen fänden, komm, ist auch besser, das Patriarchat war doch bequem. Auch es wäre immer noch falsch. Oder wenn die Frauen in Afghanistan sagen, ach, es war auch irgendwie leichter, als wir nicht zur Schule gehen mussten, dann ist es immer noch falsch. Das heißt für mich, dass es moralische Tatsachen gibt. Und sie betreffen uns damit. Aber ganz wesentlich ist die These, die ich daran gebunden, dass wir die moralischen Tatsachen eben nicht durch Meinungsänderung ändern können. Das ist an der Stelle relevant. Ja, also wie gesagt, da muss man filetieren. Deswegen war mein Nein sofort zu dem, was Sie gesagt haben, unfreundlich. Ja, wenn wir einen längeren Dialog mit dieser These führen würden, würde ich behutsamer und freundlicher vorgehen. Aber es bleibt beim Nein. Okay, sehr gut. Jetzt lassen Sie uns schauen. Wir haben über das Böse geredet, über das, was Sie als falsch, als objektiv auch falsch bezeichnen. Was ist denn dann mit dem Guten? Also Ihre These in dem Buch ist ja zu sagen, das Gute liegt eigentlich in dem Intervall des Möglichen, das empirisch klärbar ist. Was meinen Sie damit? Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Ja, bitte. Naja, also ich glaube, das philosophische Stichwort oder eines der philosophischen Stichwörter dafür könnte deskriptive Ethik sein. Also, dass ich einfach mal eine Bestandsaufnahme mache. Was gibt es? Was gibt es alles? Wir gehen, Sie haben das anfangs angesprochen, von den Kapuzineräffchen aus, einem bekannten Experiment von Franz de Waal. Ist nicht ganz unumstritten, aber im Großen und Ganzen läuft das darauf hinaus, dass ich zwei Äffchen im Käfig habe, die einander sehen und beobachten können. Und die haben gelernt, dass wenn man ihnen einen Stein, ein sogenanntes Token gibt und sie diesen Stein zurückgeben, an denjenigen, der den Versuch leitet, sie belohnt werden. Das eine Äffchen wird belohnt mit einer Gurke, was okay ist für einen Affen, das andere mit einer Traube, was so richtig lecker ist. Das sehen die. Die, dasselbe Spiel nochmal, also Token hin, Token zurück, Gurke. Der zweite kriegt wieder eine Traube und man kann sich das bei YouTube angucken. Schon beim ersten Mal zögert der Affe, beim zweiten Mal fängt er an, richtig am Käfig schon zu rappeln und zu schreien, wirft übrigens die Traube raus. Nee, die Gurke raus, pardon, die Gurke raus. Weil die Gurke ist ja Mist. Er will nicht die Gurke haben, er will auch eine Traube haben. So, und wenn man das jetzt überträgt auf menschliche Verhältnisse, und da muss man jetzt im Detail gucken, wie sehr kann man das eigentlich übertragen und so, da braucht man noch ein paar Experimente, aber die gibt es inzwischen, kann man sagen, dass es so etwas Ähnliches wie ein Proto-Fairness oder Proto-Gerechtigkeitsempfinden auch schon bei bestimmten Tieren gibt. Zumindest dann, wenn sie einander beobachten können. Und das ist ja was, was wir ständig machen. Wir beobachten uns ständig und wollen Dinge nur, weil der andere sie auch will. So, was wir jetzt machen können, wir können sozusagen dieses Intervall messen, wo ist was noch völlig okay. Also die Leute sind noch gerade mit der Gurke zufrieden, ohne dass die Revolte startet und das in offener Aggression ausartet. Und wo wird es vielleicht mit der Traube dann doch zu viel? Und irgendwo dazwischen, in dieser Bandbreite, in diesem Intervall, das nennen wir eben Delta, die Differenz zwischen dem einen und dem anderen Ende. In diesem Intervall bewegen sich unsere Handlungsspiegelräume. Und das Problem mit dem Guten ist, dass es sehr oft nicht nur eine gute Entscheidung gibt, die dann irgendwo da drin liegt, sondern mehrere gute Entscheidungen. Und dann ist die Frage, oder mehrere gute Handlungen. Und dann ist die Frage, okay, wie handle ich jetzt? Aber fest steht, man kann empirisch sehr viel klären. Das hilft sozusagen zu sehen, wo überhaupt die Optionen liegen und nicht über völlige, völlige abstruse Dinge zu fabulieren. Und um zu zeigen, also wie modern das sein kann. Moral Machine ist ein immer noch laufendes Experiment des MIT. Da geht es um autonome Fahrzeuge und eben das Problem, was passiert, wenn autonome Fahrzeuge sich in einer Situation entscheiden müssen. Also das berühmte Trolley-Problem in der Ethik. Also gibt es jetzt verschiedene Varianten. Den einen dicken Mann zu töten vielleicht, der ohnehin bald an Adipositas und den Folgen stirbt. Oder die fünf Kinder, die auf der anderen Straßenseite spielen. Wie kann ich das abwägen? Und da kann man empirisch einfach mal untersuchen, was sagt man zu diesem und verwandten Problem in Frankreich, in Spanien, in China, in den USA. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie sich das überlappt teilweise, aber manchmal auch gar nicht überlappt und trifft. Das ist sozusagen die ethische Rahmenbedingung der Raumsmöglichen, in dem wir uns bewegen, aus dem wir aber noch nicht ableiten können automatisch, was eigentlich das Gute ist. Genau, wir machen dort an dieser Stelle auch einen Unterschied zwischen dem Aleph und dem Delta. Das heißt, anders gesagt, wir können ja menschliches Verhalten beobachten. Wir können uns einfach anschauen, was Menschen tun. Einige verhalten sich so, andere so. Jetzt stellen Sie sich vor, wir könnten eben einfach mal alles aufschreiben, was eine Population tut. Eher mal eine kleine, irgendeine Menschengruppe. Und dann ist es so, dass einiges von dem, was diese Menschengruppe tut, wird mit dem, was sie tun soll oder von dem, was sie tun soll, abweichen. Niemand von uns verhält sich auch nur einen einzigen ganzen Tag so, wie sie sagen würde, dass sie sich verhalten soll auf Nachfrage. Das ist empirisch gut belegt und das kann jede von uns mal testen. Früher war das die Praxis des Beichtens bei den Christinnen und so weiter und überhaupt die religiöse Praxis. Man beobachte einfach mal seinen Tag. Was hat man denn heute alles gemacht? Und prüfe das. Versuchen Sie das mal einfach als Experiment ein paar Tage. Und man wird feststellen, dass man häufig nicht das tut oder jedenfalls mit irgendeiner Regelmäßigkeit, was man von sich selber sagen würde, was man tun soll. Aber man tut eben auch häufig, was man tun soll. Also beides trifft zu. Und deswegen ist in dem empirischen Material des menschlichen Verhaltens liegt die Norm drin, aber sie ist nicht dadurch sichtbar, dass wir das Verhalten beschreiben. Denn was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, können wir dem Verhalten alleine nicht entnehmen. Und das, was wir tun sollen, die Untermenge von dem, was wir tun, die nennen wir das Aleph. Und wir sind beide der Meinung, und dafür gibt es auch empirische Indizien, aber ansonsten glaube ich auch, ist die menschliche Natur so, dass das Aleph letztlich überwiegt. Also insgesamt tun wir mehr Gutes als Böses als Gesamtmenschheit. Und zwar zunehmend mehr. Also eine solche Enlightenment-Now-These von Steven Pinker und anderen ja auch vertreten, halte ich für richtig. Es gibt moralischen Fortschritt. Wenn Sie eine Zeitmaschine nehmen, 300 Jahre in die Vergangenheit und könnten den ganzen Planet Erde bereisen, dann wäre der moralische Zustand dessen, was heute Deutschland ist, eher vergleichbar mit dem heutigen Afghanistan als mit dem heutigen Bayern. Ja, das heißt, Sie werden dann ganz klar sehen, es gibt überall moralischen Fortschritt. Oder denken wir doch alle nur mal an die letzten Jahre zurück, ja. Durch auch MeToo und sowas begünstigt sind wir und andere Bewegungen, sind wir einfühlsamer geworden, ja. Weil wir uns alle gefragt haben, nehmen wir auch an diesem systemischen Übel irgendwie teil, von dem uns Aktivistinnen gesagt haben, es existiere. Und man wusste es auch so schon, ja. Aber wie nehmen wir denn daran teil? Wir haben uns doch sowas alle in irgendeiner Variante gefragt. Wie gehen wir denn mit geschlechtlicher Differenz oder mit anderen Formen von Differenzen um? Ich sage nicht Identität, ich sage bewusst Differenzen. Wie gehen wir damit um? Und dadurch sind wir einfühlsamer geworden. Und diese neue Einfühlsamkeit, die man in den letzten Jahren beobachten kann, ja, die ist meines Erachtens auch ein moralischer Fortschritt, weil wir eben sensibler dafür geworden sind, dass es auch psychische Gewalt gibt, ja, die auch auf ganz kleiner Ebene schon anfangen kann. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden eigentlich um? Und das deswegen, ich glaube, wenn wir wirklich über die Zeit das Verhalten der Menschen beobachten, wir wären erschrocken, ja, wie es zugegangen ist vor 300 Jahren oder auch vor 25 Jahren. Ich glaube, wenn wir jetzt mal eine Zeitmaschine nehmen könnten, 25 Jahre zurück, mit unserer heutigen Sensibilität, gäbe es ganz viel, wo wir sagen würden, wow, 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 wow. Ja, also, und das ist, das heißt, ich würde auch noch die Zusatzthese wagen, Aleph nimmt zu in der Delta-Menge. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringt man das zusammen mit einem neuen Verständnis von dem, was Sie die Mitte nennen? Also, wir haben jetzt gesprochen über die Kongruenz quasi von, wie man handelt und wie man handeln sollte. Da sagen Sie, wir sehen so etwas wie einen empirisch feststellbaren moralischen Fortschritt im Verlauf der Zeit. Was bedeutet das für das, was Sie die radikale Mitte nennen? Was passiert da? Im Grunde genommen könnte man sagen, bringen wir den ersten und den zweiten Teil an der Stelle zusammen und sagen, wir beginnen immer schon mittendrin. Aber bevor du dich auf eines der Spielfelder zerren lässt von einer der starken Parteien, also Partei jetzt im Sinne von Argumentationen, Interessensgruppen, was auch immer, bleib erst mal in dieser Mitte zwischen allen Stühlen sitzen, halte das mal aus, das Denken, Markus hat das ja zitiert, das Zitat von Akumalafel, ist ja das, was sich dazwischen ereignet. Das ist der eigentliche Prozess des Denkens, der da in Gang kommt. Halt das erst mal aus und versuch dich mal leer zu machen. Das bedeutet, um wieder an unseren Anfang anzuknüpfen, erinnere dich daran, dass es nicht einen absoluten Anfang gibt. Erinnere dich daran, dass das alles schon angefangen hat und du schon selber mittendrin bist. Und versuch mal, diese verschiedenen Stimmen kennenzulernen, zu schauen, was steht da hinter, was sind die Interessen, wie gut sind die Argumente und dann erst kannst du entscheiden. Also radikal, sagen wir, sind nicht die extremen Positionen, also das extreme Rechtsaußen, das extreme Linksaußen oder was auch immer oben, unten, ist ja völlig egal, sondern radikal ist im Gegensatz dazu die Haltung, sich ganz bewusst zwischen die Stühle zu setzen. Das ist eine prekäre Haltung, weil jeder wird versuchen, einen den Stuhl unterm Hintern wegzuziehen. Und es ist natürlich auch eine schwierige Haltung, weil man diese Ambivalenz balancieren muss. Richtig. Ja, ja, aber man darf das jetzt nicht missverstehen sozusagen als eine Romantik der Mitte, dass Sie sagen, ach, die Extreme in diesem polarisierten Diskurs hat man ja in der Corona-Debatte gesehen, das ist so eindeutig und wir wollen jetzt die Mitte romantisieren. So darf man Sie nicht verstehen, ne? Nein, 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 weil die Mitte, ja, die Mitte, die wir beschreiben, kann ja ein Element sein, das von den Extremen namhaft gemacht wird. Nehmen wir Corona, ja, irgendwie ein Extrem wäre nicht Zero-Covid, also wir roten das Ding aus, schließen die Fabriken, alles, ja, wir machen das jetzt ganz links, ja, und das andere Extrem ganz rechts ist, was soll das, gibt gar kein Virus, lass doch laufen, ja, so. Das wären zwei mögliche Extreme. Jetzt wirklich mal ausrotten, egal ob Winter, ja, das Ding wird platt gemacht auf Null. Und die anderen sagen, was für ein Ding und wenn es überhaupt existiert, laufen lassen. Das wären die extremsten Punkte, ja, so. Und jetzt ist es so, dass wenn man die fragt, was meinst du, ja, auf beiden Seiten, wird man dann, sagen wir mal, eher wohl bei Zero dann Wahrheiten finden. Wir sagen nicht, dann nehmen wir daraus was und daraus was und sagen, wir sind so für Inzidenzen im Bereich 150 im Winter. So eine gemütliche Mitte quasi. Genau, das ist ja leider, was passiert ist, ja. Also die Zahl, die Schreckenszahl 165 der Bundesnotbremse ist nicht die radikale Mitte, ja, weil es ja Tatsachen gibt bezüglich dessen, dass zum Beispiel die 165, 50, die 35, alle diese Marker im Wesentlichen zwar irgendwie eine Indikatorik haben, die halbwegs seriös ist epidemiologisch, aber insgesamt nicht belastbar. Das ist genau, was wir nicht meinen. Sondern in der radikalen Mitte kann es durchaus sein, dass man in einigen Positionen ganz klar im politischen Spektrum der Partei, die Linke, ist ganz klar die Linke und beim anderen auch mal, sagt, bei der CDU oder Mitte-Rechts-Flügel der FDP oder so, ganz richtig, ohne dass man erschrocken über sich ist. Aber ich bin doch links oder ich bin doch, ja. Das heißt, das ist dann nicht der Impuls. Das heißt, die radikale Mitte besteht darin. Deswegen steht sie ja nicht fest. Die romantische Mitte, die Sie beschreiben, nennen wir das mal die romantische Mitte. Genau, so habe ich es genannt, ja. Genau, ja, ja, genau. Ein schönes Konzept, danke. Das werde ich ab jetzt Sie zitieren, verwenden, um den Unterschied nochmal zu machen. Die romantische Mitte wäre die Fantasie, ja, jetzt einigt euch doch mal. Jeder kriegt eine Erdbeer. Wir haben zwei Erdbeeren, kriegt halt jeder eine, ja. Aber es kann ja sein, dass einer die zwei braucht, weil er mehr Hunger hat. In der radikalen Mitte steht gar nichts fest. Genau, aber ich hatte das ja gefragt, auch die romantische Mitte, weil das ja ein politischer Kampfbegriff ist, also ohne das romantisch. Also es ist ja der umkämpfte Raum in der Politik, dass verschiedene Parteien sich als die Mitte darstellen wollen, als das Gemäßigte, als das, was man ohne Probleme wählen kann, wo man sozusagen eine klare Antwort bekommt. Das wollte ich dann nochmal abgrenzen zu Ihrer philosophischen Idee der Mitte. Genau, Entschuldigung, Gerd, eine Sekunde, weil ich nur mich bedanken möchte. Das war die beste Art und Weise, den Unterschied zu ziehen. Wir wollen den ja auch ziehen und ich danke Ihnen. Das war die beste Variante, die ich gehört habe. Oder, Gerd? Ja, finde ich auch. Also es muss beim nächsten Mal ein Trialog werden. Ja, Trialog hilft immer. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt damit? Also was machen wir mit einer Praxis der radikalen Mitte? Können Sie das konkret machen, auch wenn wir jetzt auf die nächste Zeit schauen? Wir haben Bundestagswahlen, die anstehen. Wir haben Parteien, die im Zweifel mehr noch in einem vergangenen Denken verhaftet sind, die vielleicht nicht die neuesten Ideen oder zukunftsträchtige Ideen jetzt schon aufnehmen. Wie kann da eine Praxis der radikalen Mitte aussehen? Also wenn Sie Herrn Laschet fragen und ich bin mir nicht sicher, ob er das schätzen würde, was wir hier sagen, dann würde er das sagen, was er genau gestern in den Nachrichten gesagt hat. Er würde nämlich sagen, wir haben ein wunderbares Parteiprogramm, das soziale Gerechtigkeit verbindet mit einer Industrie, die auf Wachstum aus ist und einem richtig guten Klimaschutz. Das ist das, was Sie die romantische Mitte eben genannt haben. Und das ist im Grunde genommen das, was die Grünen in ihren Anfangszeiten irgendwie vor 20 Jahren mal gesagt haben, dass das eigentlich ein gutes politisches Ziel wäre, das man in irgendeiner Form erreichen sollte. Das ist nicht die radikale Mitte, sondern wenn ich mal kurz wechsle nochmal auf diese Idee des Intervalls. Wir sagen nicht, das Gute liegt immer genau in der Mitte und ist sozusagen die gaussische Normalverteilungskurve und ich muss nur die Daten richtig setzen und dann weiß ich, wo der Peak der Glockenfunktion ist. Sondern das kann durchaus sein, Markus hat das ja eben gesagt, dass das, was sich an Entscheidungen rauskristallisiert, da liegt oder da liegt. Wir müssen überlegen, wie ist das mit dem Klimaschutz gegenüber der Wirtschaft? Was kann der Wirtschaft zugemutet werden? Was kann in Richtung Klimaschutz zugemutet werden? Und ich glaube, da stimmt die Gleichung, die gestern so einmütig eigentlich in den Nachrichten beschworen wurde, dass die in der Form einfach nicht stimmen kann. Das ist ein romantisches Wunschideal. Das kann man sich wünschen, aber mit Wünschen trifft man keine ethischen Entscheidungen. Ja, also genau, ich will kein Laschet-Statement abgeben und wenn, wäre es viel positiver, aus meiner Erfahrung aus Nordrhein-Westfalen heraus, aber das ist gar nicht so wichtig. Also genau, ich glaube, dass, ich würde sagen, sowas ähnliches zu jeder Partei derzeit. Ja, also immer je anders, also nicht allgemein. Das war auch pass pro toto, also Ähnliches findest du bei anderen Parteien genauso. Genau, bei den Grünen zum Beispiel, um direkt was zu sagen. Ja. Aber da müsste man eben dann näher ran, nicht mit der Methode der radikalen Mitte. Deswegen jetzt auch wirklich gar nicht parteipolitisch gemeint. Die Überlegung, ja, auch Gerd hat es nicht so gemeint, glaube ich. Aber ich würde sagen, nicht radikale Mitte, nehmen wir irgendein Beispiel, nicht? Wirtschaft und Klima. Ja, und die erste Neigung, das kennen wir alle, ist, wir müssen Wachstum runterfahren. Ja, planetary limits, der Planet hat Grenzen. Wir müssen die Indikatorik ändern, es darf nicht immer nur Wachstum sein. So, ja, wie soll das denn gehen? Wir brauchen ja auch die technischen Lösungen. Ja, wenn wir keine fossilen Brennstoffe mehr haben, wir müssen aber irgendwo hinkommen, auch im Nahverkehr, auch aus sozialen Gründen, muss man irgendwie fahren können. Da kann man nicht sagen, der fünfköpfigen Familie so und so und so, die sonst jetzt irgendwie den Bus fährt, nimmt das E-Bike, ja. Das heißt, das ist kein ernstzunehmender Vorschlag, obwohl sowas im Raum steht. Die richtige Lösung ist dann zu sagen, wenn wir denn den Begriff des Wachstums ändern. Richtig ist, Wirtschaft braucht Wachstum. Richtig ist auch, die Art des Wachstums, die wir praktizieren, zerstört die Lebensbedingungen der Menschen und aller anderen Lebensformen. Aber es gibt zum Beispiel, wäre jetzt mein Vorschlag, nicht wie ich eine radikale Mitte da jetzt justieren würde. Man muss sich erinnern an Aristoteles, es gibt noch einen anderen Sinn von Wachstum, qualitatives Wachstum, ja. Das heißt, wie wäre es denn, wenn wir qualitatives Wachstum als ökonomischen Wachstumsindikator verwenden? Ja, also wirklich Qualität an ökonomische Bepreisung binden. Ich mache ganz konkret meine Lieblingsfantasie, die Sie erlauben, ich mache es nur kurz. Man könnte auch was anderes machen. Ich plädiere schon länger und meine das ganz ernst für einen globalen Zeppelin-Verkehr. Das ist bessere Qualität, das ist nachhaltig. Bessere Qualität, Sie fliegen ruhig. Wer will denn in sechs Stunden in New York sein? Wenn Sie immer nur in sechs, ja, wenn Sie ganz gemütlich nach New York schauen können mit 130 kmh, das geht alles, können auch ein paar Wale und Delfine beobachten. Sie haben größere Räume. Es kann eine angenehme Fahrt sein, schon die Fahrt selbst. Da ist wirklich der Weg, das Ziel, etc., etc. Und sowas ist jetzt wirklich nur eine wilde Idee, die ich persönlich habe, mit der ich mich gerade beschäftige. Ja, aber das, solche Wirtschaftskonzepte der Zukunft, ja, die muss man, glaube ich, entwickeln. Und dann hat man nicht mehr, schneller nach New York, mit mehr Flugzeugen und mehr Leute drin, sondern sie haben auf eine bestimmte Weise weniger und gleichzeitig doch mehr. Und solche Konzepte entwickelt derzeit keine Partei, sondern es wird sich nur gefragt, was man wie erlauben und wie verbieten muss, wegen der endlichen Ressourcen. Man muss aber die Ressource neu denken, genauso wie man Arbeit neu denken muss. Und keine der derzeitig antretenden Parteien arbeitet daran auch nur, außer, dass natürlich mit manchen Parteien die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei den Linken im intellektuellen Umfeld mehr Menschen haben, die so etwas denken, ist erheblich höher, ja, fast unendlich höher, als dass das bei der AfD so ist. Das ist sicher so. Aber das heißt nicht, dass immer die Linken recht haben. Ja, ja, ein weiteres Thema, Entschuldigung, ein weiteres Thema ist zum Beispiel die Diskussion jetzt über das Homeoffice. Also in vielen Betrieben wird das ja massiv jetzt zurückgedreht. Die Leute sollen gefälligst wieder im Betrieb, im Büro, wo auch immer auftauchen. Das funktioniert sozusagen nach einem bestimmten Regelwerk und nach bestimmten Erwartungen, die es in der Industrie, im Dienstleistungsgewerbe und so weiter gibt. Wenn man Markus' Idee aufnimmt und mit Qualität, mit einem Qualitätsbegriff da rangeht, dann könnte man mal fragen, welche Kombination, das muss ja nicht nur Homeoffice sein oder nur Büro sein, sondern welche Kombination macht eigentlich Lebensqualität aus? Und zwar so, dass sich das auch für die Arbeit positiv bemerkbar macht, aber eben auch für mein Familienleben, was auch immer. Und in der Tat, also das sehe ich im Moment auch noch nicht so richtig, dass das diskutiert wird. Das wird wahrscheinlich in einem halben oder dreiviertel Jahr diskutiert werden, wenn wir eine zunehmende Zahl von Leuten haben, die jetzt ein Burnout kriegen, nicht weil sie zu viel im Büro waren, sondern weil sie zu viel zu Hause waren. Also auch das muss man immer wieder neu austarieren und da spielen, und das ist etwas, was aus der Weisheitsforschung kommt, da spielen auch Lebensspannen eine Rolle. Das kann sein, dass ich als junger Mensch vielleicht, weil ich zum Beispiel die Anregungen durch andere brauche, gerne und öfter im Büro bin, aber später eine Phase habe, wo ich das vielleicht in der Form gar nicht mehr brauche und mal eine Zeit lang länger zu Hause bin. Aber mein Arbeitsoutput ist mindestens genauso gut, aber meine Lebensqualität ist viel höher. Damit sind wir jetzt auch schon bei den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die eine ist, haben Sie gerade eigentlich in den letzten beiden Antworten zumindest ansatzweise schon beantwortet, nämlich die, wie die Politik erneuert werden könnte von der Philosophie. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen konkreter machen? Also Sie haben jetzt diese Idee der radikalen Mitte. Nehmen Sie da Einfluss auf die Politik? Also sind Sie im Gespräch? Wie kommen solche Ideen an den Punkt, wo die Politik sie aufgreift, in einem Wahljahr zum Beispiel, und dann tatsächlich eine Erneuerung stattfindet, dass diese philosophischen Ideen nicht einfach in unserem Raum jetzt quasi unter uns bleiben, sondern auch größer werden können? Also in den Diskussionen, die ich in letzter Zeit geführt habe, vor allem, wenn Sie öffentlich waren, habe ich sehr gerne immer wieder die Frage gestellt, fanden Sie, dass in der Pandemie die Interdisziplinarität und Transdisziplinarität ausgereicht hat? Oder fanden Sie, dass bestimmte Aspekte ausgeschlossen waren? War das gut so? Und eigentlich kann man sagen, in fast 100 Prozent der Fälle hört man, nein, es waren bestimmte Aspekte, bestimmte Disziplinen ausgeschlossen. Die Folge, die klare Folge an die Politik ist, macht interdisziplinärere Runden, tagt nicht hinter verschlossenen Türen, aber auch nicht bei Markus Lanz als einzigen Ort in der Welt, wo diese Sachen diskutiert werden. Also ich bin da, ja, vielen Dank, ich kann das alles unterschreiben. Also ich bin tatsächlich vielfältig, fast täglich, irgendwo auf der Welt und jetzt auch in Deutschland, in Kontexten, in denen ich diese Gedanken entweder bei Thinktanks oder direkt auch politisch vorstelle. Das heißt, fast zu viel, aber ich mache dieses Engagement sehr gerne aus dem Grund, auch genau wie Sie sagen, wie bringt man diese Gedanken in die Politik ein? Ja, zum Beispiel bin ich nächste Woche in Berlin auf Einladung des Markenverbandes und eröffne einen Kongress und zu meinen Zuschauerinnen gehören zum Beispiel bis auf den Parteivorsitzenden, in dem Fall der AfD, ich habe das nicht zusammengestellt, auch das bitte jetzt kein direktes Werturteil. Alle zum Beispiel Generalsekretäre der großen deutschen Parteien werden etwa zu meinen Zuhörerinnen gehören, wenn ich über das Projekt einer neuen Aufklärung spreche. Ich finde mich in vielen solchen Kontexten nicht nur national, sondern vor allen Dingen international. In Japan, Mexiko, Argentinien, Chile etwa viel im letzten Jahr, auch in Südkorea. Ja, je nachdem, was gerade los ist. Also ich nehme das sehr ernst und betreibe das auch, bringe mich dort auch gerne ein. Und wie Gerd und ich ja auch sagen würden, wir glauben ja, wir nehmen das ja ernst, dass es das braucht. Und ich glaube auch, dass genügend Rationalität und Offenheit grundsätzlich dafür da ist. Nehmen wir den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, der ja den wünschenswerten interdisziplinären Pandemierat hat, mit Philosophinnen, Soziologen von Armin Laschet oder Ottfried Höffe und Frau Christiane Wopen und so weiter, der hat genau das gemacht dieses Jahr und das hatte gewisse Vorzüge. Ja, also es gab ein ausgewogeneres, niemand hat es gut gemacht, aber es gab in Nordrhein-Westfalen gewisse Vorzüge in der Einstellung zur Pandemiebekämpfung, die es woanders nicht gab, dadurch. Ja, und das war nicht einfach die Weisheit von Herrn Laschet, sondern die Weisheit, sich einen solchen Rat zu holen. Und das ist auch, wie gesagt, kein politisches Spektrum, das können andere auch. Daran können wir direkt eine andere Frage anschließen und zwar, Herr Gabriel, Sie haben gesagt, die Ethik hat nicht den ihr zukommenden Platz in der Öffentlichkeit. Und die Person, die das geschrieben hat, weist darauf hin, dass es den Ethikrat ja gibt und fragt, ob das nicht eine Stelle ist, an der ethische Debatten einen Ort haben. Und das könnte ich jetzt noch ergänzen, wo ja diese Dinge, die Sie gerade erzählt haben, über eine andere Bewertung von Qualität, von Ressourcen und Verteilung, ob das da nicht auch viel prominenter diskutiert werden könnte. Richtig, klar. Man könnte dem Ethikrat eine etwas andere Position geben. Ich glaube, dort, wo er derzeit im Institutionengefüge steht, macht er das nicht. Das ist aber eine institutionelle Konstruktion. Ich sage auch nicht Fehlkonstruktion, denn es ist sehr nützlich, dass es ihn gibt. Also er ist auf eine bestimmte Weise in die Existenz gekommen und ist dann Teil sozusagen einer politischen Rahmenstruktur. An sich spricht ja nun gar nichts dagegen. Das hat teilweise die Funktion. Aber wenn Sie hinschauen, wer im Ethikrat sitzt, sind das alle mal nicht überwiegend Ethikerinnen. Das heißt, der Ethikrat ist nicht, was er zu sein scheint. Wenn ich sage Ethik in der Öffentlichkeit, dann meine ich an der Stelle dann auch wirklich Ethik. Die braucht dann aber, oder auch Philosophie mit anderen Teildisziplinen, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie und so weiter, die braucht aber dann wiederum ein interdisziplinäres Setting, was der Ethikrat teilweise ist. Das heißt, das sollte, wenn überhaupt, ein interdisziplinärer Rat sein und nicht mit dem Namen der Ethik auftreten, weil nur teilweise Ethikerinnen und Ethiker sind, die dort mit dem Ziel sitzen. Die sind da auch. Und es gibt auch gute und interessante Überlegungen und Urteile der letzten Jahre zum assistierten Suizid und so weiter. Da ist vieles auch geleistet worden. Möchte ich nicht schmälern, die Leistungen. Aber in dem Kontext ist es so, dass natürlich auch wenig transparente Ethik da ist, sondern häufig eben die Mitteilung eines Urteils. Was wir brauchen, ist, dass ausgebildete Ethikerinnen und Ethiker sprechen mit allen Menschen, weil wir sind ja nicht als Philosophinnen infalliebe. Das heißt, wenn ich sage, mehr Ethik in der Öffentlichkeit, dann meine ich den Pegel, nicht das zu laut, aber ein Pegel, der eher vergleichbar ist, der Virologie-Debatte vom letzten Jahr. Das war zu viel, sonst hätten wir nur noch Ethik die ganze Zeit. Es gab auch zu viel Virologie. Aber der Pegel ist jetzt im unteren Bereich des gerade noch Hörbaren und mit der einen oder anderen Stellungnahme mal des Ethikrates. Und das ist natürlich erheblich zu wenig. Es gibt eine weitere Frage zur Diskurslogik. Und zwar, wie kommen Menschen denn überhaupt zu geteilten Ergebnissen und Haltungen? Vielleicht jetzt auch in dem Kontext, wo wir gerade gesprochen haben, über interdisziplinäres und transdisziplinäres Entscheiden. Da gibt es verschiedene Gründe für, würde ich sagen. Nicht nur einen. Also Markus würde jetzt wahrscheinlich sagen, es sind die unterschiedlichen Perspektiven natürlich. Und diese Perspektiven sind real. Jetzt kann ich als Soziologe da rangehen und noch mal erklären, dass die Perspektive, ich sage mal, eines Kernphysikers möglicherweise anders ist als die Perspektive des Bauern, der neben dem AKG seine Kühe weiden lässt. Da muss ich jetzt gar nicht groß theoretisch rangehen, sondern einfach durch die Lebensumstände, durch die Beschäftigung, durch meinen geschichtlichen Werdegang, durch all das entwickle ich unterschiedliche Interpretationen von Fakten. Und es ist ja so, dass die Interpretation der Dinge selten eineindeutig ist. Und also wenn man es wissenschaftstheoretisch nimmt, also wir haben gedacht, wir hätten eindeutig und endgültig bestimmt, was Raum und Zeit ist mit den Newton'schen Gesetzen. Haben leider rausgekriegt dann, dass wenn das Ganze sich gegen Lichtgeschwindigkeit bewegt, sich Raum und Zeit doch ändern. Und zwar in einer Art und Weise, die Newton sich niemals hätte vorstellen können. Kann wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, selbst scheinbar absolut sichere Fakten können im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte neu und anders interpretiert werden und teilweise sehr anders interpretiert werden. Dann gibt es noch eine Bemerkung, die hier auf Facebook gepostet wurde. Und zwar, der Wahlkampf lähmt doch die Politik und die Politiker. Anstatt zu kooperieren und auszuprobieren, versucht die Mehrheit lediglich gewählt zu werden. Sie haben jetzt gerade beschrieben, dass Sie auch im Kontakt mit Politikerinnen und Politikern sind. Würden Sie da widersprechen jetzt, dieser Aussage? Also derzeit ist es natürlich so, dass der Wahlkampf eher der Fußball-EM oder sowas gleicht. Genau. Also manchmal spielt man mal schnell 0 zu 0 und versucht noch ein 1 zu setzen. Manchmal spielt man ein bisschen dynamischer. Das ist in der Tat alles sehr taktisch. Es geht darum, Wege vorzubereiten im taktischen Spiel, um Wunschkoalitionen vielleicht hinzukriegen. Mal lässt man sich zurückfallen, zwei Prozentpunkte in den Umfragen, damit eine andere Wunschpartei hochkommt. Dann fällt man zusammen nach vorne und so weiter. Das ist ein hochkomplexer, überwiegend rein taktischer Prozess. Ja, Demokratie theoretisch, Parteienforscher können das alles genau beschreiben. Die Frage ist, ob wir nicht etwas wollen, unabhängig von dieser Taktik, die ja berechtigt ist. Das Parteiensystem ist halt so. Das möchte ich gar nicht an dieser Stelle in Frage stellen. Die Frage wäre, ob wir Bürgerinnen und Bürger nicht vielleicht Anteil nehmen. Das Volk ist der Souverän und eine Teilmenge des Volkes ist die Regierung. Es gibt ja auch keinen Unterschied zwischen Regierung und Volk. Die Regierung ist eine Teilmenge des Volkes mit bestimmten Befugnissen. Angela Merkel darf Sachen, die ich nicht darf. Und manches dürfen wir beide nicht. Und es gibt auch Sachen, die ich darf und sie nicht darf. Ich habe mehr Meinungsfreiheit als Angela Merkel zum Beispiel, als verbeamteter Professor, also Wissenschaftler, habe ich ein höheres Maß an Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit allemal. Das ist halt, genau, einer darf dies, die andere darf das. Das ist das Volk. Und warum glauben wir denn, dass es im Wahlkampf um die Parteien geht? Das ist ja schon ein Irrtum. Das heißt, ich glaube, wir sollten im Wahlkampf miteinander reden. Das heißt, es hat zugenommen in diesem Jahr wegen der Pandemie. Wir sind von vielem auch mehr betroffen. Aber interessant ist die Frage, die jetzt häufiger kommt, was wählst du? Da muss man nicht darauf antworten. Es gibt auch das Recht des Geheimnisses. Aber man kann dann argumentieren für oder gegen etwas. Man muss ja nicht gleich sagen. Wir müssen reden und nicht über uns reden lassen. Das hebelt das aus, was wir nicht gut finden am taktischen Wahlkampf. Die Deutschen oder insgesamt, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, aber wir, die wir wählen dürfen, und das sind übrigens zu wenige, ich halte es für moralisch absolut verwerflich, dass unsere Kinder nicht wählen dürfen, ich halte es genauso schlecht, ich sage das nochmal hier auch in alle Schärfe, ich halte das für genauso unvertretbar, wie es wäre, wenn Frauen nicht wählen dürften oder Afro-Deutsche. Für gleich verwerflich. Aber okay, also wir grenzen massiv Menschen aus, inakzeptabel, aber haben uns dran gewöhnt. Macht es nur nicht besser. Aber wir müssen miteinander reden, denn die Demokratie bedeutet, dass getan wird, was wir wollen. Wir vergessen das manchmal. Die CDU im Wahlkampf oder die Grünen oder die SPD oder wer auch immer, die sagen das, was wir hören wollen. Wir werden nicht manipuliert und gesteuert. Das hätten wir manchmal gerne, das würde es bequem machen, ist aber nicht so. Und ich glaube, das muss, das wäre jetzt meine Antwort aus der radikalen Mitte, wie ich sie dazu verstehe, dass wir aufhören müssen, auf die Parteien zu schielen, die reden irgendwas. Es ist ja naiv zu glauben, dass was in einem Wahlprogramm ist, ist ja keine Vorhersage dessen, was getan wird. Das Wahlprogramm ist ein Verkaufsschlager. Aber die interessante Frage ist, was kommt auf die Straße und bestimmt nicht das Wahlprogramm. Auf die Straße kommt auch, wenn die Regierung gebildet ist, was wir wollen. Und ich glaube, deswegen müssen wir miteinander reden. Wir drei und unser Publikum. Und im Alltag kann ich nur alle unsere Zuschauerinnen dazu ermutigen, die politische Debatte miteinander zu führen und sich auch nicht die Themen abnehmen zu lassen. Hören Sie sich das doch nicht an, was die Parteien da faseln. Machen Sie Ihre eigene Meinung und wählen Sie danach. Eines der tollsten Projekte in der EU finde ich diese Zusammenstellung, das ist ja eine Zufallszusammenstellung quer durch ganz Europa, der Räte, die jetzt ein Jahr lang Zeit haben, Vorschläge zu machen für eine neue Verfassung. Das ist sozusagen nicht abhängig von der Wahl, von einem Wahljahr. Das ist freie Bestimmung dessen, was gut ist. Das ist in gewisser Weise leere Mitte und Tango, weil die zusammenkommen und genau das machen. Und das, finde ich, ist ein tolles Modell für zumindest, ich bin mal vorsichtig, zumindest für eine Ergänzung der Politik in einer westlichen Demokratie. Das ist nämlich genau diese Idee, die Demokratie auszubauen, aus der Bevölkerung von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehend, die man mitsprechen lässt und nicht, dass man komplett verhakt ist in diesen machtpolitischen Fragen. Da sind wir ganz klar für, also unser Ansatz führt ganz klar dahin. Und wie Markus richtig sagt, man darf nicht vergessen, also das Böse lautet ja auch in einem selber, die Parteien sind in vielerlei Hinsicht krasse Empiriker. Also wir sind die Äffchen und die haben sehr gut durch jede Woche stattfindende Umfragen ein relativ gutes Bild statistisch, welche Äffchen was mögen und welche nicht, welche sehr schnell die Gurke aus dem Käfig schmeißen und welche sie glücklich behalten. Das heißt, ja? Ja, genau. Und ich möchte sagen, das ist an sich eben sozusagen keine Parteienkritik, ja, sondern einfach ein Hinweis darauf, das meinte ich damit, dass die Regierung in einer Demokratie gewählt ist, damit abgewählt werden kann. Das ist ganz wichtig für Wandel, ja, etc. Daher klarerweise nicht die ewige Wiederwählbarkeit des Kanzleramtes, meines Erachtens der Konstruktionsfehler bei uns, aber das folgt aus dem, was ich sage, aber das ist jetzt ein Detail. Ich glaube, interessanter ist, dass wir lernen, dass eben Politik nicht alle vier Jahre stattfindet und dann nochmal bei den Landtagswahlen, sondern dass Politik jeden Tag stattfindet und sie schlägt sich auch in dem nieder, was wir tun, was wir akzeptieren und nicht akzeptieren. Jetzt starren alle auf Delta und fragen sich, kommt der Lockdown? Das hängt davon ab, was wir tun. Es ist nicht so, wie sich das manche vorstellen, dass Herr Lauterbach mit irgendwem zusammen irgendwas beschließt, einfach mal so, weil es die Wissenschaft gesagt hat, sondern was beschlossen wird oder nicht, ist sehr stark ein Spiegel dessen, was man glaubt, was wir wollen und was wir auch akzeptieren. Und deswegen lernen wir ja auch in dieser Pandemie so viel über uns, weil eben jeder alltäglicher Schritt und jede Einschätzung, was erscheint einem als besonders erschreckend? Diese Pandemie ist ja ein Konzert des Schreckens. Es sterben Menschen, es liegen Menschen an Beatmungsgeräten und gleichzeitig gibt es Kollateralschäden, Grenzschließungen, Menschenrechtsverletzungen an Kindern, es gibt es alles und es ist alles schrecklich. Die Demokratie leidet auch darunter in ihrer liberalen Dimension. Und das sind alles ganz viele Dimensionen, die auf eine bestimmte Weise irgendwie gleich schrecklich sind, je nachdem, wovon man betroffen ist und wovor man am meisten Angst hat auch. In dieser Pandemie haben wir auch gelernt, wovor wir Angst haben. Wovor hat man mehr Angst? Vor einer Übermacht des Staatsapparates oder vor SARS-CoV-2. Das spaltet auch die Menschen. Und ich glaube, was wir lernen müssten vielmehr, ist, dass eben wirklich die Regierung allenfalls als Untermenge ein Staatsapparat baut, der im Wesentlichen spiegelt, was wir wollen. Wir sind wirklich in einer Demokratie. Und ich glaube, das kann man als positive Lektion radikale Mitte des letzten Jahres nehmen. Die Radikalität ist jetzt eben nicht, wir müssen die Demokratie abschaffen, das Parteienapparat, repräsentativ direkte Demokratie, Stadt. Das wäre nicht radikal. Radikal kann auch bedeuten, dass man seinen Frieden macht mit der Existenz von Machtpolitik, aber um den Apparat der Machtpolitik herum die Gegenmacht der vielen baut. Und ich glaube, das wäre auch ein Gedanke von Demokratie. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, hergeleitet aus Ihrem Buch und sehr aktuell für dieses Wahljahr. Vielen Dank, Markus Gabriel und auch Gerd Skobel. Und danke auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer für ihre Aufmerksamkeit. Das ist erfahrungsgemäß digital immer ein bisschen schwieriger, als wenn man sich auf der Bühne sieht und dann miteinander interagieren kann. Danke auch für Ihre Fragen. Und wer Lust hat auf diesen philosophischen Tango zwischen Gerd Skobel und Markus Gabriel, das alles finden Sie in dem Buch Zwischen gut und böse Philosophie der radikalen Mitte. Und ich danke auch der Körperstiftung, dass sie diese digitale Buchvorstellung so toll gemanagt und ermöglicht hat. Und ich wünsche Ihnen allen einen entspannten Abend. Dankeschön. Vielen Dank an Sie. Ja, danke. Danke. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körper-stiftung.de slash mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.